Muss ich wohl ausverzählen, in die Story reingelaufen sein? Die Daily ist genau da, wo die Hauptstory weitergeht. Warum das denn? Nein! Ich wollte doch nur Daily machen. Ja, ich weiß nicht, was ich auch nicht. Ne, Herr Hörner, was ich natürlich zuerst? Ich bin eigentlich bereit, dass ich mit den Restaurant wiederholiere. Wenn das Ende endet, dann muss ich mich für dich aufzunehmen. Ich bin schon mal. Ich habe ein paar Sachen, die ich mir richtig verletzen kann. Daher ist es noch ein paar Sachen. Ich habe einen anderen einer soren, die mich nicht mehr vorgelegt hat. Ich habe ihn nicht verletzt, oder? Ich habe ihn nicht verletzt, aber ich bin nicht verletzt, aber ich habe ihn nicht verletzt, Das war's für heute. ... 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 Ich glaube, dass ich nicht mehr so schlipp bin. Ich glaube, dass es nur eine Schleifung anbieter ist. Aber das war ein Schleifung für die Schleifung. Oh! Schleifung! Ich glaube, dass hier nicht ihr Land ist. Wir können immer ein Schleifung für die Schleifung. Ich denke, dass ich es gut sagen kann. Ich denke, dass ich die Schleifung für die Schleifung bin. Ich denke, ich glaube, dass es ein Bild. Ein Bild? Was ist das? Ich bin schnell von mir! Ich weiß, dass er nicht mehr andere Menschen sieht, dass es eine Angelegenheit zu verabschieden ist. Wunderschön? Das ist ein Bild, was ich? Ja, das ist ein Bild. Und es ist auch sehr schön. Lila ist Quantum und grünes Wind. Quantum? Na gut, wenn du keinen Charakter von mir... Also wenn du keinen Charakter holen kannst, also dir leihen kannst... Schwierig. Da gibt es noch einen, den ich in meinem Team habe. Ich weiß nicht, ob Pela Quantum hat. Aber ich habe neben Seele... wäre das die einzige, die Quantum hat. Wink weh. Ist auch nicht schlecht. Ja, und Wind, ne? Da musst du den guten Dunhang leveln. Deswegen mache ich das. Oder du musst Bronya ziehen. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung für die Leute. Ich bin jetzt hier. Ich habe gerade mit Klaara gesprochen. Ich habe wieder gesehen, Frau. Ich bin sehr lustig. Ich bin sehr froh. Klaara, ich liebe es hier. Klala ist wirklich so schön. Es ist eine große Unterschiede, wenn man die Eltern zu Hause kommt und die Eltern zu kommen. Ich dachte, dass ich nur ein Film schreibe. Ich dachte, dass ich nur ein Film schreibe. Ich dachte, dass ich nur ein Film schreibe. Untertitelung des ZDF, 2020 Komm an die Aran hier. Klara, was ich so klein war? Ich glaube, es ist besser. Es ist okay, wenn ich die Reise habe, dann wird die Klara so großartig. Ich habe es nicht gehört. Ich werde diese Bilder geben. Ich werde das Fahrzeug aus dem Weg gehen. Das heißt... Huh? Ich bin schon von hier entfernt? Hmm... Ich verstehe... Ich werde diese Bildung sicherlich geholfen. Ich werde dir das, was ihr, Klara. Ah... Danke... Seibaru... ... 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 Ich hoffe, dass ihr alle freiwillig sein könnt. Wenn ihr Zeit habt, dann können wir uns wieder zu sehen. Ich hoffe, dass ihr euch wiedersehen könnt. Ich habe auch noch einen Film gemacht, und ich habe auch schon wieder zu gehen. Die nächsten Mal sind wir wieder in der Gelder Hotel in den nächsten Hotel. Mal bin ich weg und zurückgezogen. Ich verstehe, dass ich hier die in einem guten Raum in einem guten Weg geblieben wollte. Was ich? Ich bin hier im Moment gewohnt, dass ich es nicht so viele Menschen. Gut, Fanny. Natascha C1. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Immerhin ist es eine Heilerin. Was kann Natascha? E1 denn? Also ich finde, sie ist... Denk dran, mit jedem Pull kommst du Seele näher. Wie wär's das? Also wenn du weitermachst... Wie gesagt, am Anfang bekommt man sehr viel. Ich hab übrigens sie schon auf E6. Die Natascha. Nächste Woche hast du sie safe. Ja, so viel Zeit hast du noch. Hey, ich hab schon wieder 6. Ich könnte schon wieder 10. Bald. Aber mach ich nicht. Ich könnte noch auf ihre Waffe gehen, aber... Na gut, ich weiß, wer am nächsten Banner ist. Den überspringe ich vielleicht. Jemand hat ein Buch in die Mülltonne geworfen. Du hebst es auf. Scheint ein langer Fortsetzungsroman mit dem Titel Geschichte von der Winterlanden zu sein. Scheinst den Unvollständigen... Ach so, ja. Ich hatte noch automatisches... Sinn. Dann... Ne, egal. Du wirst von einem Meer von Müdigkeit überwältigt. Der Motor der Schöpfung, Kukulia, der Raumfahrt und der Blick der Bewahrung, deine bruchstückhafte Erinnerung an den Kampf fügt sich zu einer verschwommenen und surrealen Montage zusammen. Inmitten dieser hektischen Ereignisse siehst du den Moment, in dem Kukulia mit dem Stellarhorn untergeht. Eine seltsame Stimme flüstert zu dir. Aber die Stimme vergeht schnell. Du versuchst dich daran zu erinnern, was du in diesen flüchtigen Momenten gesehen hast. Aber du findest keine Spur. Plötzlich hörst du sie wieder. Eine weibliche Stimme in deinem Ohr. Das ist 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 eine weibliche Stimme. Nein, nein, ich werde hier noch nicht entfernen. E? Epsilon? Wo ist das, was ich da? Das ist das, was ich zu sagen. 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 Ich habe mich für mich, die Leute zu sagen. Und dann, die nächsten Mal bei uns, die Zahne. Ich werde mich nicht zu sagen. Ich werde mich für mich anrufen und zu sagen. Ich werde dir diese Geschichte anrufen. Ich werde dir ein bisschen Spaß machen. gesprochen? Hat er die vierte Wand durchbrochen? Oder zu wem hat er da gerade geredet? Oder hat er gemerkt, dass wir von ihm träumen? Eine Nachricht von Himiko. Ach ja, richtig. Du musst so viele Fragen zum letzten Kampf mit der obersten Wächterin von Bällebock haben. Welt und ich haben ein paar einfache Analysen durchgeführt, die dir helfen könnten, etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Verstanden? Wir werden jetzt unsere Vorbereitungen treffen. Das könnte falsch verstanden werden. Ja. 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 Das war's für heute. Dann können wir uns auf der Straße gehen. wo geht denn jetzt unsere reise hin theoretisch gibt es eigentlich schon zwei planeten der erste planet war ja eine raumstation eigentlich ist ja kein planet aber es ist halt der erste gebiet gewesen und das zweite ist jetzt hier aber es gibt noch ein weiteres es gibt noch ein paar Tage da kita nee war karetette konasika nach warra nahi ütageはない 列車に戻ればその悲しみもほとんど消えるだろう Wenn du hier zurück zurückkehren, die das Schmerzen wird, wahrscheinlich nicht. Wenn du das Schmerzen aus dem Karten gesehen hast, ist das so eine Schmerzen? ... 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 Was ist das für Sie? Das ist nicht wichtig, was Sie? Nein! Nur, die können Sie sich nur noch ein paar Informationen aufbauen werden, so müssen Sie eine lange Zeit planen. Was ist das für Sie? Was ist das für Sie? Ich habe es nur ein paar Wortes gemacht. Ich habe es gut, aber ich bin nur ein. Ich bin nicht so fühlt, Zähle. Sie sind neben mir. Untertitelung des ZDF, 2020 3人とも、おかえりなさい ひめこ、ようじちゃん 開拓招待の初任務 無事に完了したよ 私とベルトは今回の開拓の旅に参加しなかったけど 結果を見れば あんたたちがどれだけ頑張ったかわかるわ みんな、おめでとう 特にあんた みんな あんたの開拓者デビューを高く評価してるわよ もし点数をつけるシステムがあったとしたら あんたには最高点をつけてあげるわ まずは列車でゆっくり休んで 槍色6で溜まった疲れを癒すといい パムは正常に戻り始めた空間に 再び異常が起きる前に 一刻も早くここを離れるべきだと考えている 俺とひめこも同意見だ つまり できるだけ早く 次の目的地を決める必要がある ということだな ああ これが七死人の運命ってやつなのかな 常に前に進み続けて 延々に開拓の歩みを止めない ああ別に愚痴ってるわけじゃないよ 思いがけない驚きの連続 そういう旅の方がうちらにぴったりだもん ミツキちゃんは七死人としての生き方が気に入ったみたいね よかった みんな自分の部屋に戻って休んでもいいし ここでコーヒーでも飲みながら休憩してもいいわよ お互い気心の知れた中だもの 好きにしてちょうだい 俺は部屋に戻る はあ 炭鉱は相変わらずか 開拓が終わるたびに 今回は少し打ち解けられたかもって思うんだけど 無理に打ち解けようとする必要はないわ ミツキちゃん それに これは私の意見だけど 炭鉱は あんたたちと過ごす時間を大切にしていると思うわよ あそういえば 大守護者との最後の一戦 それから性格の現状について いろいろと聞きたいことがあるんじゃない あんたたちがいない間に 私とベルトで観測した結果をまとめておいたの もし疑問を晴らしたいと思っているなら 私たちと少し話をしましょう ただいま こんなに長く列車が止まってたんだから きっと姫子も陽子ちゃんも待ちくたびれてるよ 列車は開拓の運命を歩みながら いくつもの奇妙な世界を通過する そして 活力に満ち溢れた生命たちと出会い 美しい物語を見届ける 宇宙は果てしない 私たちが星の海を渡って出会うことができたのは 奇跡みたいなものよ 言葉を交わして お互いを理解して 一緒に旅をする機会を得られた この美しい確率は 運命としか言いようがない あんたが私たちの仲間になることを選んでくれて 本当に嬉しかったの だから もし旅の途中で芽生えた疑問があるなら ちゃんと答えたいと思っているのよ そうね お亀八目っていう言葉もあるし 傍観者として答えを探す手助けができるかもしれないわ そんごのクリフォトは 冷たいアイオンよ カンパニーみたいに熱狂的な信者にならない限り かの神の力を分け与えてもらうのは 難しいと思う そんごという強い執念の下 ベロブルグの喧騒者は 数百年もの時を耐え抜いた でも 劣界の侵食が深まるにつれ もともと脆くなっていた信仰に亀裂が入ってしまった あの大守護者 カカリアは おそらく完全に そんごの運命を放棄したんでしょうね そんな彼女とは対照的に あんたは あの戦いで揺るぎないそんごの意思を見せた その結果 クリフォトはあんたの強い願いに答えてくれた あんたが大守護者の武器を震えたのも あの巨大な機械を操れたのも きっと アイオンの一別のおかげよ 大したことじゃないわ 私とベルトは今回の開拓に参加していないけど あんたたちの槍色6での活躍は全て見ていたの 仲間なら助け合うのは当然 特に私たち七死人はね たとえ遥か遠く離れた場所にいても 列車は常にあんたの強い味方よ そのことを忘れないで それならはっきりしてるわ 性格よ 私の分析と推測から考えると あの大守護者は 以前から性格による精神的な侵食を受けていたはず その後に起こった悲劇は 全てそれが原因でしょうね 愚かな人であると同時に かわいそうな人でもあると思うわ もし私やあんたが彼女と同じ立場だったとして 日に日に衰退していく都市を目の前にしても 脆い信仰心を握りしめて 揺るがずにいられたのかしら もちろんいいわよ 時間はたっぷりあるもの それに関しては ベルトの方が詳しい分析結果を示せると思うわ でも私の考えを知りたいのなら 正直とても難しいと思う 可能性がないわけではないけど その過程は非常に厳しいものになるでしょうね 報告によれば ベロブルグの新たな守護者は 真の通った聡明な若者なんでしょ でも何より重要なのは 彼女が今回の旅で 不要な甘さを捨てたということよ 彼女のそばに堅実で公正な支持者がいるのも幸運ね でも運命は予測できないものだし 往々にして不条理だから 彼らが生きている間に ある程度ヤリーロ6の繁栄を取り戻せたとしても 宇宙に潜む無数の脅威に対して 彼らは依然として弱く 無防備を 私たちは ただ遠くから彼らのために祈ることしかできないわ 性格を破壊することは不可能に近いの ヘルタでさえ 性格の構造を完全に破壊する方法は見つけられていないし そのエネルギーが溢れ出さないように 抑制する条件を整えることしかできなかった 大守護者が破れたことで 彼女に力を与えていた性格にもほころびができたから 私とベルトも それを抑える機会を得られたけど 列車にできるのは 性格を抑えることだけ そして それは根本的な解決にはならない でも この星の人々が一息つくのには 十分な時間のはずよ どういたしまして それじゃあ ゆっくり休むのよ あんたにはその権利があるんだから 初めての開拓の旅が 無事に終わったわけだが 何か感想はあるが 喜びや苦しみ 充足感や後悔といったものは 旅の中では表裏一体だ 開拓の運命を歩むのであれば こうした感情は慣れるまでついて回るだろう どうやら俺に聞きたいことがあるようだな 何でも聞いてくれ ちょうど誰かと話をしたいと思っていたところなんだ いくら姫子が上絶とはいえ そろそろ話題がつきそうだったからな おそらく無理だろうな 以前メッセージで送ったように 性格が槍色6に与えた影響は あまりにも大きい 当分の間 ベロブルグの人々は 最悪と戦い続けることになるだろう しかし 勝利の天秤は人類に傾いている なぜなら 君たちが希望という名の重りを 皿の上に乗せたからだ 希望を見くびってはいけない 色も形もなく触ることもできないが それには無限の可能性が秘められている 同じように巻かれた種だとしても 性格よりはるかに強力なものだと 俺は考えているんだ そうか 君たちは正しいことをした 無知の中で楽観的に生きていくより 知識の重みを背負いながら 前に進んだ方がいい 今でも覚えている 常日頃から 常識を凌駕する脅威に直面していた世界のこと そこに住まう人々は 知恵と勇気を持って 幾度も故郷を危機から救っていた これこそが平凡で偉大な参加だ ヤリーロシックスの人々も 経験の中から同じ精神を得られるように願っている 本当は俺も君たちに同行したかったんだが 姫子が君たちだけで行かせると譲らなくてな 君たちの行動は ずっと列車の中から観測していた 何度も手に汗を握ったが 君は信頼できる仲間を得て 困難を乗り越えていった これは賞賛に値する 姫子は俺と違って終始冷静だった 若者の決断を信じろと 何度も彼女に言われたよ 彼女に比べて 俺は大きく構えていることができなかったんだ 君との会話は あるものが多かった さあ もうすぐ旅が再会する 今のうちに休んでおくといい Pum 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 . . . Pum . Die nächsten Mal werden wir in der Ecke geben. Ich bin gespannt, was ich. Oh, das war so. Das ist doch so. Ich bin wieder. Ich kann mich nicht mehr überraschen. Danke, Herr Kollege. Das war's für heute. Ringende Berichten des Logistik-Teams zufolge wurden im Gesperrgebiet eine Reihe defekter Patrouillenroboter unbekannter Ursprungs entdeckt. Sie stellen ein Risiko für unsere Mitarbeiter dar. Bis die Lage geklärt ist, wird allen Nichtkämpfern geraten, nicht allein vorzugehen. Mein Essen ist da, ich bin gleich wieder da.